Willkommen zurück zu Let's Play Super Mario Galaxy 2. Ja, wir geben unser Bestes dort draußen, so wie Luber es von uns will. Und, äh, ich glaube, ja. Okay, ja. Ich wollte gerade sagen, im letzten Part haben wir doch irgendwie einen Brief bekommen. Und das haben wir auch. Wir wollen hier in die Raumwirbel-Galaxie. Und das ist das, was ich schon angesprochen habe. Das ist jetzt ein silberner Robotypie. Und der will diesen roten Zwirbeler von uns haben. Diesen roten UFO-Zwirbeler, ha. Mit diesem Stachel auf dem Kopf. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, was ich meine. Aber ihr werdet das sehen. Luigi, mein Freund, willst du das für mich machen? Ich habe echt keine Lust darauf. Mach du das bitte. Ja, wuh, du darfst mich ja lösen. Okay, ja, hörst auf. Hier, Luigi, du darfst das machen. Bip. So, Luigi. Da, zack. Und, komm, direkt nach da oben ziehen. Und, bam. Hey, 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 da rein, da rein. Äh. Zack. Okay, wir müssen, glaube ich, relativ weit. Äh, ja, wir müssen relativ weit. Das ist ja kurz vor dem Stern gewesen. Aber ich glaube, da kommt man schnell hin, oder? Ich glaube, da kam man schnell hin. Ja. Uh, Skill Jump. Nein, verdammt, das war schlecht. Da, da, da. Da, da. Oh, mein Gott. Hey, 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 hey. Geh da irgendwo hoch, geh da irgendwo hoch. Sehr gut. Ähm, das habe ich nicht gesehen. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Yay, fängt doch schon mal sehr gut an. Ich weiß noch, ich glaube, das war Mario. Äh, Mario 3D World damals. Mein erstes Let's Play. Ähm, wo einfach in jedem Part, da war das Donkey Kong Country. Ich glaube, es war Donkey Kong Country, in dem jeder Part erst mal mit einem Fail begonnen hat. Ich glaube, es war Donkey Kong Country, wenn ich mich nicht irre. Ja, so sollte es klappen. Genau so sollte es auch vorhin klappen. Okay. Baba. Hier bin ich. Komm rüber, mein Freund. Zack. Oh ja, und, ähm, wegen dem 100 Abos Special. Ähm, wir haben hier die 100 Abos geknackt, für die, die es noch nicht wussten. Äh, wegen dem Special. Äh, tut mir leid, dass da jetzt nichts kam direkt. Äh, ich glaube, es wird auch noch eine Weile dauern. Ich bin mir nicht sicher. Entweder es wird die nächsten paar Tage kommen, oder erst am Freitag. Ähm, das weiß ich noch nicht so genau. Äh, ihr werdet es ja sehen, wann es kommt. Und, ja, das wollte ich nur kurz ansprechen. Ich wollte es eigentlich in Yoshi's Billy World machen. Ich habe es gerade eben aufgenommen. Die heutige Folge wird also direkt mit der Folge, die heute rauskommt, aufgenommen. Und, ja. Moment, Moment, Moment. Ja, da ist auch schon der Silbertippi. Das wird echt mies. Ey, du. Ja, hi. Und, und, ja. Also, das 100 Abos Special wird demnächst kommen. Ich bin mir nur nicht sicher, wann. Okay, ja, dann bringen wir deinen Kumpel rein. Ja, roter Schnuckel. Ich weiß. Okay. Uah. Was zur Hölle. Würdet ihr mich bitte in Ruhe lassen? Kann ich die nicht irgendwie in den Tod jagen? Okay, doch. Kann ich. Nein, ich will dich in den Tod jagen. Danke. Nein, hörst du mal auf. Hörst du auf? Danke. Oh Gott. Gib mir die Münzen. Gib mir die Münzen. Noch mal von denen. Das Problem ist, der einzige Rote, der hier kommt. Oh Gott. Wieso bin ich denn so schlecht gerade? Der einzige Rote, der hier kommt, ist der hier hinten. So. Uah. Ja, genau der da. Okay, es sind mehrere Rote. Ich gehe noch mal ganz nach hinten, weil ich weiß, ja, ich habe es nicht getan. Da seht ihr, genau so war es auch beim letzten Mal. Ich habe den Checkpoint einfach nicht aktiviert. So, komm mal her, mein Freund. Komm mal her, komm mal her. Nein. Uah, uah, uah. Springe ich fast selber in den Tod. Nein, ich bin in den Tod gesprungen. Genau deswegen habe ich den Checkpoint aktiviert. Seht ihr? Ich denke mit. Bum, 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 bum. Ich muss jetzt noch heute mit den Pleiten reden. Ich weiß es, ja, muss ich. Komm mal her, Bobo. Uah, 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 uah. Uah, 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 uah. Uah, 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 uah damit den ballerhof dass mich doch alle in ruhe wer weg damit so jetzt wollte ich das rote teil wo bist du komm herr rotes teil komm her komm her rotes teil komm her rotes teil hör auf lass mich in ruhe ich hätte das rote teil gerne das da soll zu mir kommen oh mein gott hört auf damit ok da ist es kommt nicht in das blitzrind komm hier lang hier lang hier komm 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 nein nein was soll das ernsthaft komm her komm her komm her komm her komm her nein nein oh gott komm her 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 hör mal alle auf oh gott willst du mich verarschen ernsthaft was das du verdammtes kleines gelbe ich hasse ich hasse euch alle ich hab doch gesagt das wird nicht toll so komm folg mir folg mir folg mir folg mir nein ja komm folg mir folg mir hier lang hier lang komm her komm her hör mal auf würdet ihr mich in ruhe lassen bitte du oh danke und die spawnen da einfach wieder uah oh gott komm her hier her komm 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 hier bin ich komm 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 ja komm komm ja hier nein lass mich mit dem reden lass mich mit dem reden sehr schön ja ok gut 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 ja ok 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 ja ich bring dir grad dein teil aufzureden dann bekommst du es doch nein lass mich hier rein komm hier rein du sollst hier rein danke oh mein gott das war schwere geburt ja er ist hinreißend da hast du ihn gib mir meinen stern und hör auf mit mir zu reden und den nehmen wir mit an unser schiff nachdem er uns so viel leid angetan hat geh weg du gelbes Vieh geh weg oh gott oh mein gott das war der schlimmste folgenstart in einer kompletten karriere als let's player was zur hölle der 71. sterne ich verfluchte ich sieben minuten 40 hat ja auch gar nicht lang gedauert oh mein gott so sag los du hast jetzt mal einen schrottigen hausmeister mitgebracht ja er ist echt schrottig hoffentlich erspannter sich anstatt hier alle hab's nicht gelesen ja luigi sei ruhig sei ruhig gut können wir jetzt bitte weitermachen oh mein gott jetzt bin ich mir nicht sicher sollen wir einfach regulär level machen oder sollen wir weiterhin kometen sammeln weil im Moment haben wir überhaupt irgendwo kometen rumfliegen ja da haben wir ein paar ok und wir haben keine mehr ja gut dann nehmen wir die kometen einfach ja hier haben wir einen kometen ich hoffe nur jetzt stelle ich mich nicht so genau so scheiße an wie gerade eben weil wenn doch dann ist das echt mies und diese Kopfhörer tun nach einer Zeit so an Ohr weh oh mein gott ich habe gerade drei folgen Yoshi aufgenommen die vierte folge Mario und nach drei folgen tun die echt am Ohr weh wahrscheinlich ist das mit unter einer der gründe warum ich die dritte folge nie mag ok ich tue dann ich tue mal den Einhörer von meinem Ohr entfernen ich hör mich auf einmal so klar selbst ok so sammeln alle lila Münzen zack ok dann sammeln wir halt einfach mal alle lila Münzen das sollte hoffentlich nicht allzu schwer sein vor allem da wir kein Zeitlimit haben ok Yoshi was machst du denn hier du hast doch gerade dein eigenes Projekt du sollst hier gar nicht sein ok das sollts zack und das da sollte ich einfach zweimal laufen ich weiß nicht ob das sinnvoll wäre zweimal hin und her zu laufen nimm mal die Kamera ein bisschen danke du 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 zack ok zack 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 ich glaube es gibt einfach wieder genau 100 Münzen wenn ja dann ist das alles kein Problem wenn nein und es gibt ne äh Moment Moment was wollte ich gerade sagen wenn es genau 100 Münzen gibt dann ist das mies weil man jede einzelne sammeln muss aber wenn es mehr gibt dann wäre das echt viel besser aber ich glaube es gibt nicht mehr deswegen sammle ich hier jede einzelne eins zack 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 ich sollte vielleicht ein paar extra leben mitnehmen wenn man bedenkt dass sie nur noch eins haben oder so zack danke das ist so ungewohnt jetzt gerade wieder alles zu spielen oh Gott so zack zack ja ok so erst so die eine Münze nehmen wir mit zack zack ok bevor ich jetzt das erfresse nehme ich die Münze und eins zwei und drei danke das ging schnell das ging wenigstens schnell wenn jetzt der nächste Stern wieder genauso einfach ist dann freue ich mich dann freue ich mich echt sehr denn der Erste hat mir den letzten Nerv geraubt ich mag ihn nicht diesen Typen da der muss sterben ich weiß nicht warum auf so einem Schiff ist ja ok ja kann man nicht irgendwie diese ganze Prozedur hier überspringen das auch noch viel zu lang wir haben keine Zeit Minuten dafür gebraucht das ist doch wenigstens ein gutes Zeichen mein Spiel wurde beendet gespeichert nicht beendet und ich würde sagen ich würde mal ein bisschen festmachen und ich würde sagen hier lang obwohl hier lang ist nicht do die Welt war nicht so einfach und ich wollte gerade was chilliges ich hätte eigentlich zum Sonnenstrand gehen sollen aber nein ich mag es nicht selber zu quälen was auch immer der bap 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 Schatten Marios in der Goldhunde oh Gott muss ich das alles jetzt mit Schatten Marios machen Nose das wird nicht einfach ich schätze das wird nicht einfach ich hoffe es wird einfach aber ich glaube es wird nicht einfach aber ich glaube es wird nicht einfach oh Gott so zack so abwurken ah und sie kommen schon hehehehe hörst du auf so blöde zu lachen zack hier rüber hat er wenigstens einen gescheiten Abstand zu mir ok zack ok zack ich laufe einfach immer langsam ein bisschen nach vorne ja nooo ok hat es noch geschafft ok und langsam langsam oh mein Gott da sind ja noch Booga Goomba ok hätte gern irgendwie noch eine Münze aber die kriege ich wohl nicht verdammt verdammt nein verdammt 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 ich darf nicht diesen super Drehsprung machen weil er da sonst Gegner anvisiert das hab ich total vergessen Mist und ich hab noch äh das ist mein letzter Leben bevor wir game over gehen also wird das schon mal ganz nice ich hab die ganzen Gruber's vergessen und das hat mir das überlebt so zack immer langsam vorangehen immer langsam vorangehen zack 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 hier auch ein bisschen langsamer weil es nach vorne laufen immer ein bisschen langsamer oh zack waa 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 wir laufen langsam waa da kommt ja noch ein Goomba ich dachte ich darf diesen blöden Goombas nicht vergessen ok und zack ok NEIN oh Gott ich dachte das wäre unser letzter Leben unser letzter Energiepunkt aber wir haben es überlebt wir haben es überlebt oh mein Gott danke 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 ok das war halbwegs chillig ein bisschen nervenaufreibend aber halbwegs chillig zack 54 55 Sternteile und ein Stern sehr schön das war's dann das ging doch relativ schnell die Folge war echt gut also bis auf den Anfang oh mein Gott 3 Sterne haben wir der Rest folgt ich hab keine Nerven das Problem ist ich muss noch 2 Folgen aufnehmen oh Gott aber es hat keine 2 Minuten gedauert das ist doch sehr schön gut dann würde ich sagen Leute war's das heute mein Name ist Videos und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder ciao